Was ist niedriger Blutzucker? Ein niedriger Blutzuckerspiegel oder ein niedriger Blutzuckerspiegel wird aus medizinischer Sicht als Hypoglykämie bezeichnet und bezieht sich auf einen niedrigen Blutzuckerspiegel im Serum. Glucose ist der Zucker, der in diesem Fall niedrig ist, und wenn er unter 70 mg pro Deziliter Blut fällt, ist eine Person hypoglykämisch betroffen. Menschen können den Begriff niedriger Blutzucker auch viel beiläufiger verwenden, um Hunger oder Ohnmacht oder Irritation auszudrücken, die sie überkommen, wenn sie Mahlzeiten auslassen. Manche Menschen fühlen sich ein wenig übel, wenn sie nicht regelmäßig essen. Dies kann auf einen ungewöhnlich erniedrigten Blutzucker zurückgeführt werden, auch wenn sie nicht technisch hypoglykämisch sind. Echte Hypoglykämie hat zahlreiche Ursachen? Menschen, die für Hypoglykämie am häufigsten anfällig sind, sind Diabetiker, deren Körper das Hormon Insulin nicht ausreichend produziert oder nicht richtig verwenden kann, wodurch Glucose als Energie für Zellen verwendet werden kann. Diabetiker müssen ihren Blutzuckerspiegel regelmäßig überwachen, um sicherzustellen, dass Insulin und Glucagon, die Glucose produzieren, im Gleichgewicht sind. Ein niedriger Blutzuckerspiegel kann auf das Überspringen von Mahlzeiten oder die versehentliche Injektion von zu viel Insulin zurückzuführen sein. Andere Zustände, die zu niedrigen Glucosewerten führen können, umfassen das Fehlen von menschlichem Wachstumshormon, bestimmten Antibiotika oder anderen Medikamenten, Leberversagen oder Leberinsuffizienz, extreme Lebensmittelvergiftung oder Magenkrippe und einige Infektionen. Bei den meisten Menschen mit geringem Blutzuckerspiegel können die Symptome Hunger, leichte Übelkeit, leichtes Zittern oder feuchte Haut sein. Manche Menschen haben möglicherweise eine schnelle Herzfrequenz. Wenn der Zustand nicht korrigiert wird, kann dies erheblich schwerwiegender werden. Menschen könnten ohnmächtig werden, verwirrt wirken, schreckliche Kopfschmerzen haben, und manche Menschen haben Anfälle oder gehen in ein Koma über. Es sollte beachtet werden, dass normalerweise Anzeichen einer Hypoglykämie erkennbar sind, lange bevor sie Koma oder Tod verursachen kann. Die Behandlung von niedrigem Blutzucker hängt wirklich von der Ursache ab. Diabetiker müssen ihren Blutzucker regelmäßig überwachen, und wenn dieser niedrig wird, können sie initiierbare Formen des Medikaments Glucagon haben, um dies zu korrigieren. In einer Notfallsituation, in der eine Person ein bekannter Diabetiker ist, ist die beste Behandlung Orangensaft, Süßigkeiten, in Wasser gelösten Tafelzucker oder Dinge wie Kuchenzucker. Wenn Hypoglykämie diese Symptome verursacht, reagiert die betroffene Person normalerweise innerhalb weniger Minuten. Da dies jedoch schnell gefährlich werden kann, ist es ratsam, den Notdienst anzurufen und sich vor dem Eingriff Rat zu holen. Es ist wichtig, Ärzte auf Erkrankungen aufmerksam zu machen, die einen Tag oder länger nicht mehr essen, wie Lebensmittelvergiftung oder Magenkrippe. Unter diesen Umständen sind Säuglinge und ältere Menschen auch ohne Diabetes am anfälligsten für die Entwicklung von Hypoglykämie und anderen Ungleichgewichten. Andere Behandlungen für niedrigen Blutzucker drehen sich in der Regel um die Ursache, beispielsweise neigen Kinder, denen menschliches Wachstumshormon fehlt, zu Injektionen mit Wachstumshormonen, um den Blutzucker im Gleichgewicht zu halten und ein normales Wachstum zu fördern. Unter allen Umständen, in denen meine Person Verwirrung, Ohnmacht oder Anfälle auslöst, ist der beste Weg, sich behandeln zu lassen, die Kontaktaufnahme mit dem Rettungsdienst. Dies können Symptome vieler verschiedener Krankheiten sein, und ein niedriger Blutzuckerspiegel ist nicht immer die Ursache. Menschen sollten keine Annahmen über mögliche Ursachen für diese Symptome treffen, wenn sie keine Kenntnis der kranken Geschichte einer anderen Person haben.